Du musst erst den Film drüllen, ob du keine Warte machen kannst. Nein, nein, jetzt geht's. Jetzt geht's. Was ist der jetzt vor der Städte? Da seht ihr das Chaos. Zwischen Schwanda und Klaris. Jakob Baumgartner füllen Lufttransporte. Nausel am Steuer. Von Flogen keine Ahnung. Mit 15 Stundenkilometern sind wir jetzt von Schwanda her unterwegs. Sollte schon lange beim Doktor sein, aber... Möchtet ihr das anschauen. Dann sollten alle zusammen mal zu den einen Kurs, der im Kleidl hinten Schnee räumt.